ja herzlich willkommen zum netzplänen Prozent wettig die Klänge ich habe mir was gekauft und zwar die zu machen mit dort und weiter und dann auch wenn man stürmen aber ich mir Prozent weiß ich nicht mehr wohl doch weiß ich gar nicht auf jeden Fall weiß ich hier gar nichts mehr und dann dachte ich mir mal so ja hab ich mir was geholt denke ich wäre toll oh mein Gott die geht ab und dann nehme ich mir gleich auf und ja liebe Joeli hatte in jeder Folge fast gesagt ich weiß nicht was mit den anderen die nehmen die auf sorry ich zumindest hatte keine Zeit ich musste die ganze was in der Schule machen was ziemlich nervig war aber jetzt müssten die Parts häufig wieder kommen aber jetzt kommen sie wieder ach die sind schon bei dieser M kommt schick auch gar nicht sollte ich verstehe heute da nichts mehr naja die X 80 glaube ich echt gut ab ab und an sieben aber tut er wird dort und andere Sachen hat und das war noch so lieben damals reagiert doch die Lerner Alter ist es deren Ehren ich muss jetzt gegen 29er spielen also keine Lust drauf naja das mit 12 2 hat er nicht besser als meine 1 1 1 ja wow bisschen konzentrier ja keine Ahnung wie die sind ja ich bin nicht so der Ferdenkampferkler oder Nahkampferkler oh ich bin zu schlecht trotz glaub ich bin zu schlecht um ich hätte nicht gedacht ich bin wirklich an ich bin echt nicht gedacht Boah Jung, können die mal herkommen was denn das für Pussy Level 29 aber komm nicht das scheint man jetzt von der Seite von der Witze ähm die netten Menschen meine ich die ganz netten Menschen so nett dass sie uns umbringen wollen bei Junger jetzt kommt schon Level 29 aber die kommen nicht so Kussi na dann geht das auch schon Hilfe bei kritischem Tränen ja ich glaube die und da kommt ein Level 29 auch schon wieder ja yay und es leckt ein bisschen ist es bei euch auch so wenn das immer dieser Killcam kommt wer einen gekillt hat dass da auch mal sowas kommt also das ist immer so brutal leck und dann immer so Standbild ähm wenn ich finde ich das nervt richtig ja vielleicht vielleicht mein Gott ich bin schon Level 6 und mein Gott bin ich schlecht ok ja ja da ist das ein ernst ist das ein Typ wieder nur mit der EPG okay kann man hat einen 1 3er kardiert nein nein boah 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 springe rüber steige den Stein dich habe ich jetzt aber nicht gesehen dort ja 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 so eigentlich bin ich hin 6 so ne Waffe ich glaube ich so jetzt die 16 oder auf der Witte zu weil die gerade nicht nein immer Elia boah wenn die aus der T5 das sehen das hier Felipe ist ich weiß nicht ob das der richtige ist aber er heißt in jas mein gott der m95 in jas oh mein gott oh mein gott mit 10 4er kd ich glaube ich hab viel zu oft um ein gott mann der hässliche xm 8a er mit plus 3er drobix hinnehmen das sind scheißnummer meiner geht dann noch klar er guckt einen an und tötet ein nicht mehr deren ernst jetzt komm ich gar nichts gebracht ich dachte schon dass wir entgegen da jetzt wiederkommen ich glaube nicht ich glaube er nicht ich will die alle gerade schießen liegen ja schon so in jas jetzt müssen wir so im neuen jungen er kommt von überall nicht sein ernst war level 29 ist ein hässlicher name macht ihn macht ihn sein hässlicher name und sterblich weil das mag ich jetzt erwischt ich hätte ich hätte den in der kammer gesteckt gut aus der granate geworfen auch mal es wird jetzt und ein kille nachricht und ich glaube nicht und er ist in 19 Jahren nun hinten kämpfen kämpeln meine ihr wisst schon okay das war eine kurze und knackige runde und ja ich glaube nächste runde wird stoppen wenn ich sturm und machen also ziehe doch diese hessische karriere ein schau ja Untertitelung des ZDF, 2020